hallo und herzlich willkommen zurück zu ok wir wollten zu noch müsste in die richtung sein was hat das oder ich hoffe das nie ist er glaube ich nicht aber ich habe nichts nichts gegessen 0 ok ok noch noch die die 1 in die medaille ins fliegen diese meist liegen ich die hasse ja aber mit meinem neuen dingens bombs obwohl die haben mir schon ganz schön viel abgezogene noch ich komme ich glaube nämlich noch hat uns gesagt wir sollten die jesse an diese links kaputt machen was das denn ist das neu so irgendwelche erfindungen spannend sind ein katapult ein katapult ich wollte es an die bergleute verkaufen die ihre steine leichter transportieren können leider haben die abgelehnt von wegen sicherheits vorschriften oder sowas das klingt nach spaß ok ja gut wir haben jetzt was neues gekriegt und zwar ein katapult aber ja nie wo ist jetzt eine black one wo ist die hin die ist da hinten hier wasser ja kann ja nichts passieren außer dass das fliegen ohne ende haut doch ab die haben haben es echt in sich ohne witz ich bin schon wieder halb tot oder nehmen halb pflaster ok dann muss ich dahin ja muss ich wohl ok naja nicht schon wieder fliegen oder glaubst das ist doch nicht normal also das fliegen mehr schaden machen wie spinnen ist auch nicht normal sie kaputt gegangen ja schwer schätin irgendjemand hat hier ganz viele sachen getötet ok das ding ist ich kann ja das spiel jetzt hier nicht abspeichern doch ein halb pflaster genommen genau kann ich nicht verpflanzt euch haut ab ist ja schon ernst als pflaster funktioniert nicht mehr ok noch mal ein halb pflaster oh man ich hab kein gift schutz ich hab nix mit schwierig ne ist egal wir versuchen das die frage ist welche waffen nehme ich denn da war der v klingenschaden ok gut ok warte ok klingenschaden das bedeutet doch ich brauche nummer zwei auch auch gar nicht gut gar nicht gut warte ouch äh ja wo sie hin wo sie hin wo sie hin warte noch mal ein verband nehmen au verband 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 Ich nehm die. Mhm. Okay. Ja! Oh, Alter. Das war so knapp. Hui. Okay. Was haben wir hier? Saphirflügel. Okay. Was putzelt hier noch? Bin ich jetzt tot? Und hab's nicht mitbekommen? Nee, oder? saffier flügel war noch mal zurück zum mock oder war das ist dann ja den würde ich dann ausmachen weil die habe ich ja besiegt das war echt schwierig ich komme so eine neue rüstung für mich ja ich habe mich um die schwarze wird gekümmert vortrefflich hast du die flügel entfernen könnten ja natürlich perfekt wenn du mir das material bringst kann dass ich brauche kann ich dir eine kleid rüstung ich habe von siedlern von ähnlichen problemen gehört in jüngster zeit begegnen uns die kreaturen des überlands sehr feindselig ich weiß nicht was da los ist aber es ist mir in letzter zeit was komisches aufweist als ich die ruine erkundet habe war ein riesiger königskäfer königshirschkäfer der einen edelstein um die brust gekettet hatte okay er war in einer höhle nahe der kaputten brücke unterwegs warum sollte jemand ein solcher kreatur ein edelstein umhängen das war ja auch nicht weiß ich halt nicht okay gut mein leben guckt ein prozent ich habe es mit ein prozent überlebt jetzt gleich noch mal hoch okay gut ich hätte gerne was hergestellt so was brauche ich denn dafür eisenbaren holzkohle ja gut ja eisenbaren holzkohle eisenbaren holzkohle und ja aber das kann ich doch von hinten aus meiner basis dann müsste ich das doch auch sehen können wenn ich hier auf kompendium geht ne auf kodex kodex noch da kann ich sehen was ich auch alles gut so dann gehe ich mal nach hause wir sehen uns dann da da habt euch gut bis dahin und tschüss ja